So liebe Leute, ich freue mich so, ich bin der Wildcard-Gewinner beim VARO, beim VARO-Projekt. Dadurch jetzt zu viele gestorben sind, hat Simon gesagt, ich darf hinein, ich freue mich so. So, jetzt erst mal Holz anbauen. So spannend, weil es euch liegt. Ich habe drei Abonnenten, mache die schlechtesten Videos auf YouTube. Out. Ich bin der Wildcard-Gewinner, ich fasse es nicht. Ich kann es nicht fassen. Da muss man gerade meinen. So. Jetzt mache ich gleich mal den Big X. So, geht euch nicht aus. Ich bin zu dumm, ich bin der schlechteste YouTuber. Oh ja. So. Ja. Unter Millionen von Zuschauern bin ich ausgewählt worden. Ja. Es freut mich so. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Wahnsinn. 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 Ich mache eine Spitzhack. Äh. So. Jetzt hole ich Stein. Ich hoffe jetzt kein anderer Observer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Ich habe keine Ahnung. Aber ich freu mich so. So. Ich mache keinen Holzschwert. Minecraft Mario 2014. Ich bin dabei. Weil. Das macht so Spaß. Jetzt schon. Ich werde später wahrscheinlich teamen mit irgendjemand anderem. So. Ich mache ein Schwert. So. Optionen. Geräusche. Unterdrehen. So. Musik aus. So. Jetzt passt das. Grafikeinstellungen. Ja. Ja. So. Ich bin der Beste. Ein Schwert. Ich brauche Essen. Ich hoffe es kommt kein anderer Gegner. Ja. So. Ich bin der Gewinner. Der Wildcard. Ich fasse es nicht. So. Jetzt habe ich alles. Ich habe schon gewonnen. Ich habe ein Holzschwert. Eine Spitzhacke. Und ich will ein Schwein. Wo? Warte. Die Grafting Bench. Nehme ich mal mit. So. Danke. Ich freue mich so. Ich habe drei Abonnenten. Und darf bei diesem Riesenprojekt mitmachen. Ich brauche Nahrung. Was ist denn hier? Ich freue mich so. So. Hier hinauf. Wo ist die Nahrung? Ich habe schon Hunger. Ich weiß es nicht. Was ich machen soll. Ich fasse mein Glück nicht. Das gibt es ja nicht. Ja. Ich bin der Wildcard Gewinner. Sonst keiner. Nur ich. Ich halte mal Aussicht. So. So. Oh. Nein. Nein. Ich bin tot. Das gibt es nicht. So kurz im Projekt und tot. Und. Bitte nein. Danke Simon. Dass du mir das ermöglicht hast. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.